Mein Schädel brummt, wo was, wo, wo bin ich hier und warum ist es hier so verdammt stickig und warm drin? Matrose! Ich brauche ein kühles Bier. Oder besser direkt ein ganzes Mammuthorn voll Meht. Wie soll ich denn sonst einen kühlen Kopf bewahren? Aber erstmal muss ich dich herausfinden, wo ich hier bin. Bei Lokis Lachsgestalt ist das heiß hier. Die Sonne brennt ja stärker als Nidhöckers Höllenarten. Gibt's denn hier kein Wasser? Wie ist es, einen kleinen Fjord, das ja noch schlimmer als Wienland, von dem Onkel Graubart immer erzählt. Ah, da ist ja ein Fluss. Erstes Problem gelöst. Aber wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Ich weiß nicht, was ich bin. Bis zum nächsten Mal.